Musik Was für ein wunderbarer Morgen. Ich habe so viel Energie. Ich muss direkt mal ein Morgen-Selfie machen. Oh, halt. Wie spät darf ich es überhaupt? Du zeigst. Für ein Morgen-Selfie. Für alles ohne Sabber. Ganz vorsichtig, damit sie schön werden. Echt gut geworden. Das muss ich unbedingt auf Instagram teilen. Damit die Leute sehen, dass ich so schön nägelig habe. So. Na ja, geht so, ne? So. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Bisschen schief. Aber kann ich ja trotzdem mal auf Instagram posten, ne? So eine geile Party. Ich muss direkt ein Party-Selfie machen. Damit meine Girls was wissen. Und ein tolles Outfit natürlich gestorben. Oh, ist das eine geile Party hier. Party! Oh, ich muss unbedingt mal ein Taken machen jetzt. So. Oh, ich mag das Outfit. Ich glaube, ich mache ein Selfie. Und zwar Outfit of the Day. Yay! So. Oh, ich finde mein Outfit heute so cool. Das ist irgendwie so extravagant, das ist so special, so individual. Ich muss unbedingt ein Selfie posten. Outfit of the Day. So, das war's auch schon mit unserem Video Instagram vs. Real Life. Und vielleicht habt ihr euch auch wiedererkannt. Wenn ja, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, was ihr hier für Tübchen seid. Tübchen. Und das Video ist leider nicht seine Leute. Ich muss euch noch weiter quälen. Denn auf Joys Kanal geht es weiter. Also klickt ganz, ganz schnell auf Joys Kanal. Und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns... Oh, ich zeig gerade so auf meine Brüste. Ich meine natürlich... Oh, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr uns gerne einen Daumen hoch geben. Unbedingt! Wir freuen uns da jeden Däumchen von euch natürlich. Und vergesst nicht die liebe, süße Joys zu abonnieren. Ihr könnt auch mich abonnieren. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, kostet ihr nichts. Nö. Und ich würde sagen... Ich bin auch dafür... Die lässt mich gar nicht zu Wort kommen. Ich bin auch dafür, dass ihr die liebe Paula abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. So, das war's. Mir wollte ich gar nicht sagen. Süß! Oh! Wie? Wie? Das war so süß! Oh! Geht ihr jetzt ganz schnell aufs Joys Kanal? Guckt euch den nächsten Teil an. Der ist genauso cool geworden. Also, und hinterlasst da vielleicht auch ein Däumchen für die Joys, ne? Ich wünsche einen schönen Tag. Bis bald! Tschüss! Tschüss!